so schwer wie noch nie im Oldschool-Gym, und zwar Tim Budesheim, let's go! Nächster Stream am Mittwoch und nein, habe ich nicht gegessen, den Döner, das war das erste Video vom Stream, ja, das ist jetzt das zweite, korrekt. Jetzt müsste es euch gefallen, glaube ich. Oh, der Kollege. Oh, da ist er, William und John Yusupov. Ja, Danny hier? Ähm, mein Mann hier vor... Danny Trejo war hier, oder? Danny Trejo war auch da, krass. Danny Trejo, ja, krass. So ein Kackett in Marius Feuerheim? Nee. So ein großer, der arbeitet hier seit 100 Jahren an der Tür, musst du echt kennen, der Brille. Wer war mit ihm unterwegs? Ja, dann, dann war der mit ihm auch hier. Ähm, Danny Trejo war fünf Tage hintereinander hier. Der hat... Machete, Junge, geil! ...Dreharbeiten gehabt für den Werbespot. Ja, genau. Und der kannte das, Marcel. Ich habe tatsächlich das Privileg vom Muscle Gym Cologne, ich habe diesen Chip bekommen und bin Ehrenmitglied. Du kannst da jederzeit trainieren, egal um welche Uhrzeit, ich komme da rein. Aber seitdem ich den habe, habe ich es noch nicht geschafft, da hin zu gehen. Ich bin immer dort so, wenn die FIBO ist. Weil da, also zur FIBO rum, besucht auf jeden Fall Marcel Jim Cologne. Aber auch so ist ein cooles Oldschool-Gym, werdet ihr gleich sehen. Weil da seht ihr den ein oder anderen IFB-Pro aus den Staaten, ja weltweit. Die gehen da meistens alle pumpen danach nach der FIBO. Das ist brutal geil da. Der hat gesagt, ich möchte gerne zum Training. Die waren in Schloss Bensberg, da hat er übernachtet. Und dann hat er gesagt, ich will zum Training. Wollten die denn da zu McFit bringen? Und dann hat er gesagt, nein, nein, ich will hier hin, ich will ins Muscle Gym. Und dann ist dann die Treffer so zu uns gekommen. Und dann habe ich den... Trens. Kenne ich auch noch. Blood in Blood Out war damals mein Lieblingsfilm, als ich jung war. Dann habe ich den irgendwann mit Mitte 20 nochmal angemacht und habe mich geschämt. Und den Film kann man sich nicht geben, Alter. Das ist voll der komische Film. Aber ich habe den damals mit 16, 17, 18, 19... Ich habe den hundertmal gekochen. Ich konnte mitreden. Das war mein absoluter Lieblingsfilm. Vatos Locos. Es ist jetzt sage ich mal eine Plaka, Carnal. Den auch noch... Weil ich... Ein Steinmetz vom Kölner Dom ist einer meiner guten Freunde. Und dann sind wir auf dem Kölner Dom hoch mit dem und so. Da war die Express dabei und haben die große Story draus gemacht. Das war cool. An dieser Stelle erstmal hat der Tim trainiert, deswegen sind wir heute hier. Top! Und nach langer Zeit endlich mal wieder beim Jakob, hier im Muscle Gym Cologne. Richtig. Ja, mir geht es gut. Ich war in Top Form gewesen, muss ich sagen. Leider, wa? Und... Nein, Berliner Jung sagt das nicht. Das habe ich tatsächlich nur bei dem Film gehabt. Bei Goodfellas, bei Pate, bei Scarface, bei Casino, bei Departed und die ganzen anderen geilen Filme. Es war einmal in Amerika, da habe ich das nicht, das Gefühl. Aber bei Blood in, Blood out, der war... Ich wüsste, ich hatte so leichten Fremdschämen, als ich den angemacht habe. Aber den anderen Filmen nicht. Ähm, halb Ende letzten Jahres... Ich komme ja komplett vom Thema ab hier. Ich will mal hier das Video jetzt hier sehen. Mensch, Berliner Jungen, lass es sein. Ich habe so einen kleinen Herzinfarkt gehabt, der mich ein bisschen zurückgeworfen hat. Um ehrlich zu sein, so 36 Kilo zurückgeworfen hat. Und, ähm, ja, jetzt erst mal ein bisschen Päuschen. Weil ich, ähm, einen kleinen Eingriff am Herz... Ach krass, jetzt erkenne ich ihn erst. Jetzt erkenne ich ihn erst, ja. Ich hab den sogar, ich kenne den Mann sogar. Weil er so über 30 Kilo abgespeckt hat, sehe ich es jetzt. Habe ich ihn erst wiedererkannt, krass. Der war da, als ich, äh, trainiert habe. Ja, dann auf jeden Fall. Nur das Beste für die Zukunft. Der Herzeingriff und alles. Das ist nicht cool, Mann. Aber, äh, ja, das wird schon wieder. Ich bin ja ein positiver Typ und... Das sehe ich auf jeden Fall. Du bist ja von Grund auf positiv, egal was kommt. Richtig strahlende Augen, der Mann. Genau. Deswegen, also erstmal ein bisschen Gas runter und danach wieder Vollgas. Vollgas ist ein richtiges Stichwort, ne? Jawohl. David heute Schulter mit Tim, 80 Kilo. Vollgas zuschauen. Aber mein schwerstes Schultertraining habe ich... Das war aber, glaub ich, noch in dem Alten. Hier bei dir hast du. Da habe ich 70er Kurzhantel auch Schulterdrücken gemacht. Da haben sie mich ausdrücklich darum gebeten, die hinzuschmeißen danach. Ja. Das war geil. 70er. Ja, gut. Wir waren immer da, du und ich. Wir haben dann da gedrückt. Ja, das war stark. Ja. Gibt's das noch irgendwo? Ne. Ich hab das auf jeden Fall noch. Du hast noch irgendwo. Ja. Das ist nicht geil, das du mal so schwer hast. Du kannst einen Kurzhantel geben. Guck mal, der Tim fragt schon zum vierten Mann nach. Ja, ja. Ich kann's kaum glauben. Hätt's nicht so gut geworden. Ich will das kaum glauben. Ne. Also auf die 70 auf die Schulter schon heftig. Ich werde's mal raus suchen. Ich hatte 60er. Weil's keine 70er gab im FITIX damals. Schulterdrücken weiß ich noch. Man muss ja dazu sagen, der David hat ja auch lange Arme so, ne. Sind das wirklich 70? Ja. Habt ihr mal gewohnt? Ah krass. Ne. Ich halte raus. Ich halte raus. Da ist er. Mit 36 Kilo mehr. Ich halte raus. Ist aber nicht schlimm, sind nur 70 Kilo und jetzt muss noch 70 passieren. Machst dann unbedingt meine Karriere in der Holzfilme, Alter. Geil, dass die das Video noch ausgekrampt haben aus dem Archiv. Stark, Digga. Der musste schmeißen. Der musste schmeißen. Der drücken Kurzhandel war ich so. 60 hab ich immer gemacht. Auch alleine umgesetzt und so. Das war jetzt schon für Show. Aber da war ich relativ zur Brust eigentlich immer ziemlich stark. Ja. Ich hab jetzt auch 100er Erkenntnis. 2014. Zehn Jahre her. Überleg mal. So zur Streckbank. Was hast du da so gemacht? Oder Flachbank? Maximal mal 70. Aber auch. Das war jetzt wirklich zum Trainieren für mich. Immer so zum Ausprobieren. Wenn du das heute toppen willst, du hast auch 100er unten. Ah. 100er? Ja. 100er kurzer. Da sieht sie so aus hier. Dein Arm kannst du so ablegen, wie gesagt. Ja. Dann heißt die Schulter ist mal weg. Das war so ein Abo. Ja süß. Ja. 80 bestimmt auch, oder? 80 Kilo hat er aber auch. Nein. Der wiegt so eben 67 Kilo. Echt? Der wiegt mehr als das Doppelte als Paco, Digga. Ja. Peppy90, danke fürs Abo. Zeichgewicht. Massiv. Musik passt, aber der ist ein bisschen schattig hier. Wie sieht es hier an der Musikfront aus? Wagt dir das zu? Könnte ich so lassen, aber wir müssen es wahrscheinlich für das Video ausmachen, oder? Aber habe ich schon ganz gut Fahrt hierbei. Put your weights back. Das ist schon so ein Unikat, das machst du dich im Kolon. Ist schon geil. Erstmal Seitheben bis zum Abwinken. Seitheben mache ich ziemlich viel. Und dann Schulterdrücken. Dann hintere Schulter. Und ich mache kein reines Schultertraining, sondern statt Übungen für die vordere Schulter mache ich lieber Brustübungen. Weil die vordere Schulter ist so dominant und stark, die muss ich jetzt nicht isoliert trainieren. Dann mache ich lieber nochmal zwei Übungen für die Tinte. Ja, vielen Dank. Sieht aber viel vitaler, viel fitter aus. Mit dem weniger Gewicht. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, sah der nicht so fit aus. Da war ja echt noch so, alles durcheinander und nicht so. Also Zero, ja. Es ist, also ich würde sogar sagen, es ist noch härter geworden. Aber es ist sauberer, es hat mehr Struktur, es sind neue Sachen dazu gekommen. Das Ding hat sich auch gegrößert. Es sind jetzt knapp 600 Quadratmeter. 600 Quadratmeter? Das ist schon schön brutal. Ja. Arnold. Deadlift-Rekorde. Squat-Rekorde. Bank-Rekorde. Da muss ich auch hinfahren, oder? Mal die 2.5 weghauen hier. Frau 112 hat gedrückt. Kraftstation Köln war ich auch schon mal, ja. Wie sieht dein Training allgemein in der aktuellen Phase aus? Eigentlich wie immer. Maximal drei Trainingseinheiten am Stück. Und mache dann 1-2 Tage Pause. Ansonsten hat sich nicht viel geändert. Rückentraining. Bis zu 100% Lack-fokussiert. Beintraining teile ich auf. Zwischen Quadrizes und Hamstrings. Ich mache ein vollwertiges Brust-Training. Da mache ich nur Brust-Rizeps. Und eins ist, das heutige Training ist dann quasi Schultern-Rizeps. Und noch Brust hinterher. Habe ich vorhin erklärt. Statt Übungen für die vordere Schulter, also Front heben oder so, mache ich halt lieber nochmal zwei Rückübungen. Die junge Dame hat das gerade vorzüglich ausgeführt. Ja, ja. Was ist da im Filmgerät? Macht Sinn. Ah, geil, Alter. Bestimmt brutal. 15 Uhr ist voll in den meisten Gyms. Ja, so ab 16, 15, 16 Uhr. Ab 16, 17 Uhr geht es los. Ja, da wird meistens voll. Da ist es meistens voll. Oh Mann. Gott sei Dank. Es ist immer so, dass das rein- und rauskommt. Das war auch mega winzig. Vor allem das rauskommen gleich. Wie eine Gazelle. Bis jetzt weiß ich nichts davon. Bin auch nicht eingeladen. Deswegen bin auch, denke ich, nicht da. Bis zu gehen. Bis zu gehen. Ich glaube, die Übung ist brutal, ja. Das sieht aber überhaupt nicht bequem aus, denn dieses rein- und raussetzen, Junge. Du hast uns ja im Podcast verraten, Katzen sind nicht so deins. Die schaut mit Hunden aus. Ich bin auch absolut kein Katzenmensch. Ich hasse tatsächlich sogar Katzen. Also ich mag Katzen absolut nicht. Nicht hassen, aber doch, wenn ich überlege, ich bin bei jemandem zu Hause, beispielsweise bei einer Frau oder so und die hat eine Katze. Das ist schon für mich so ein Red Flag, Alter, so eine Katze. Ich weiß nicht warum. Ich bin so einfach Team Hund. Katzen, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wir sind vielleicht auch süße, liebe Tiere, aber ist absolut nicht meins. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurz Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall ESN.com. Denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal. Unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer-Way-Protein. Und schaut auch unbedingt auf OACE vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links sind immer in der Videobeschreibung. Und weiter geht's mit dem Video. Hund ist gut. Vor allem ist das auch ein Hund. Und nicht so eine Fußhupe. Chihuahua. Also Chihuahua oder sowas. Ja, das muss nicht sein. Aber ich muss halt sagen, insgesamt auch Katzen mag ich. Wenn sie irgendwie, keine Ahnung, draußen im Stall sind oder so. Dann stelle ich denen auch so ein Schälchen mit Milch hin. Aber ich bin halt so groß geworden auf einem Bauernhof. Menschen wohnen im Haus. Hunde draußen. Das ist in Polen tatsächlich auch so. Die meisten Hunde in Polen, wo wir herkommen, ist nie zu Hause. Ist immer draußen am Hof. Die haben da so eine Hütte und chillen draußen. Tiere wohnen im Stall. Und äh... Da müsste Hund seit Jahren auch in Zwinger. Ja, Zwinger. Da lasse ich mir noch gefallen, wenn er gut erzogen ist. Dann kann der Hund im Flur oder so sich in sein Körbchen legen. Aber diese Dreckskatzen, die kann man ja nicht erziehen. Die hören ja auf nichts. Dreckskatzen? Die kannst du nur... Ach... Besser, wir sagen es nicht. Frittieren beim China-Buffet. Tim scheint Spaß an der Übung zu haben. Mach doch den Full-Stack. Der ist komplett überfordert, der Arme. Tim? Nein. Der ist ein Pedalo. Danke dir mein Lieber für die netten Worte. Ja, bringt aber nicht viel. Die sieht brutal aus. Wie fällt dein bisheriges Fazit zum Studio aus? Cool. Hat sich auf jeden Fall einiges getan hier. Richtig was, ne? Ja. Ich habe vorhin ein bisschen Kritik geübt. Ich habe gesagt, ich war längere Zeit nicht hier, weil ich einmal hier war. Und dann waren einige Maschinen. T, B, T, W, was bedeutet das? Und Roadshow, was für eine Roadshow? Ich habe absolut kein... Ich lebe hinter dem Mond. Ich weiß nichts von einer Roadshow. Kaputt. So beim Kabelzug. Das Drahtseil so rausgespließt. Und hat mir hier so die Haut aufgerissen. Aua. Das war echt jetzt so cool. Und dann sagt er aber ja, das ist ein paar Jahre her. Und es war so eine Umstrukturierungszeit. Aber jetzt ist echt alles cool. Coole Atmosphäre. Ist halt, wenn man so... Vorhin muss ich ehrlich sagen, durch den Podcast. Und dann so ganz da rumgereist. Bin dreieinhalb Stunden hergefahren. War ja auch so ein bisschen so... Aua, jetzt noch Training und so. Aber wenn man hier die... Ich weiß nicht, was das kostet. Fuffi oder so. Keine Ahnung, Digga. Kellertreppe runter geht. Ist das wie, wenn man so eine andere Welt abtaucht. Also ich war hier unten angekommen und dachte so, geil. Let's go. Ich habe hier schon trainiert. Aber das ist echt lange her. Also ich kann es auch nicht mal genau zuordnen, wann ich was in welchem gemacht habe von den beiden Muscle Gym Cologne. Schaffst du? Ja. Oh, Tim meines Ernst. Das ist doch noch viel was gut. Top. Roadshop. Da gehen die durch ein paar Städte. Köln ist noch Münster. Jetzt wird Athleten und man kann Produkte probieren, dies, das. Wenn die die Kapazitäten dafür haben, die Athleten die da Bock drauf haben. Mein Gott, sollen die doch machen. Schadet ja niemanden, ne? Da geht noch was. Lauf da, Junge. Ich habe mich vorhin schon gefragt, ob das Ding aufreicht. Ja, doch, glaube ich schon. Ich habe so eine ähnliche. Ich hätte zwei Fragen. Du wohnst ja auch in Übersee mein Lieber. Da dauert der Versand natürlich etwas länger. Du wohnst ja in England. Wie schwer bist du aktuell? Und die zweite, warst du schon mal jemals so schwer? 134,9. 135 Kilo knapp kann man sagen. Krass. Ne, so schwer war ich noch nicht. Plan war auch gar nicht. Open startet der ja. Open ist ohne Gewichtslimit. Also freies Gewicht. Gar nicht so schwer zu werden eigentlich. Aber irgendwie lief es gut. Auch die Recovery lief gut. Ich habe die Rebound-Phase gut mitgenommen, habe sehr gut trainiert. Obwohl ich das Training umgestellt hatte. Also ich habe eine ganze Weile trainiert mit vielen Wiederholungen. Hatte mir der Manu so aufgetragen. So ein sogenanntes Plasma-Training. Kann ich mich auch noch daran erinnern. Alles maximal zu durchbluten. Aber das war fies. Und vor allem hat man es gemerkt, wenn man mal eine Zeit lang in so einem hohen Wiederholungsbereich trainiert. Und dann wieder rumswitcht auf sein altbewährtes 8-12, sag ich jetzt mal. Also das hat richtig gescheppert. Kann ich jedem mal empfehlen. Macht mal so eine Phase, wo er mal wirklich 20 Wiederholungen macht. Mal so für drei, vier, fünf Wochen. Und dann gibt er wieder Feuer. Wie ist das hohe Gewicht im Alltag? Ekelhaft. Ekelhaft. Letztes Jahr bin ich beim Strümpfe anziehen. Habe ich mich auf die Klodeckel gesetzt und bin durchgebrochen. Dann habe ich das gepostet und dann haben mir welche geschrieben. Das ist natürlich Käse, Digga. Glaubst du, Tim holt die Quali? Ja, letztes Jahr war es knapp. Dieses Jahr, wenn er sich verbessert hat, ist realistisch. Wieso nicht? Warum setzt man sich zum Strümpfe anziehen auf den Klodeckel? Und ich dachte so, wie soll ich mir sonst meine Strümpfe anziehen? Ich schätze mal die meisten machen das im Stehen irgendwie so. So, so. Das geht ab einem gewissen nicht mehr im Stehen. Ab einem gewissen Gewicht. Da sieht man mal, wie unbeweglich man ist. Das ist eigentlich ein bisschen ekelig, aber nach dem Rückentraining, wenn der Lat noch aufgeblasen ist, dann sitzt du echt am Klo und du weißt nicht, wie du rumkommen sollst. Hinten um dir. Vorne, Digga, durch. Wie die Frauen das machen, am Pipi machen. Einen Arsch abzulischen. Das ist ekelig. Sitzst du da und denkst so, fuck, warum mach ich das? Kennst du die legendären Geschichten von Greg Kovac? Nee. Kennst du den? Nee. Boah, Junge, wer ist das denn, Alter? Und wir haben links war eben einfach Jack Cutler, mehrfach Mr. Olympia. Wer ist das? Hat er das Stück gezeigt? Na, Mama, bitte. Ja. Ja. Deine Frau teilweise. Ja, entweder die Frau oder da gab es auch immer die Story, dass der irgendwo im Hotel mit dem Handtuch halt so. So, ja. Kann ich gut nachempfinden. Und die Woche gegen Japaner, wo die Spülung hochkommt. Stell mal vor, du musst deine Frau rufen zum Arsch abwischen, Digga. Das wäre mir so unfassbar unangenehm. Nee. Danke. Die Japaner, die Sumos. Die wissen, ja. Die wissen warum. Was war dein persönliches Höchstgewicht? 126. Meins 117. Ach, komm hier. Nehmen wir doch an, Alter. Ich wollte doch gerade sagen, da war ja wohl jetzt mal easy. Ah, easy war es noch mehr. Ich muss ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, ich habe jetzt eine Weile ein bisschen leichter trainiert auf vier Wiederholungen. Und bin jetzt ab Januar wieder voll motiviert. Zurück zu meinem Progress-Gedanken gegangen. Und jetzt habe ich echt tatsächlich ein paar Zipperlein. So Schulter ein bisschen, Ellbogen ein bisschen. Scheiße. Wahrscheinlich ein bisschen zu schnell losgejumpt. Übermotiviert. Ich glaube, hier redet Tim nochmal über seine Wettkampf. Die Geschichte, das hören wir uns auch nochmal an. Was jetzt folgt in Zukunft. Gut. Also wir haben jetzt angepeilt, Ende Mai Wettkämpfe zu machen. Die gleiche Saison wie 2019. Angefangen mit New York, L.A. und alles, was so danach noch kommt. Geil. Da wird es bestimmt brutalen Content geben aus den Ländern. Schöne Wettkämpfe. Das wird wild. Hoffentlich muss ich nicht zu viele machen. Also ich mache zwar gerne Wettkämpfe. Aber wäre natürlich geil, wenn ich so irgendwie so zwei, drei Stück mache. Und dann bestenfalls mir eine Quali hole. Aber ansonsten ist das so der Plan. New York, L.A., Alicante. Mal gucken, was noch so kommt in den USA. Also keine lange Off-Season. März geht es in die Prep schon. Tims letzter Wettkampf in Italien. Olympus Pro 23. Ja, da war die Form natürlich schon deutlich verbessert zu den anderen Saisons davor. Tim hat 2023 sehr improved, finde ich. Und auch sehr viele Wettkämpfe gemacht. Und dann Ende Mai. Boah, da war auch perfekt gepiekt, glaube ich. Das sieht wild aus. Ja, weil die letzte Saison hat ja bewiesen, dass ich massenmäßig jetzt nicht abgefallen bin bei den meisten Kontrahenten, sondern einfach nur strukturell. Da kann ich nichts dran ändern. Ich kann mir keine Westenteilchen schneiden. Und das Einzige, was ich halt eben machen kann, das ähm... Ja, sein scheiß Manko ist natürlich der Rücken, ne. Also ist brutal, aber wir befinden uns ja auf oberstem Niveau, ja. Weltspitzniveau. Da wird er halt oftmals von anderen Kandidaten geschlagen. Wir schwächen, verbessern sowas wie Lat-Adduktoren, sodass wir halt eben eine bessere Silhouette erzeugen. Wenn ich fleischigere Latz habe und bessere Adduktoren und die Beine breiter stellen kann, dann wirke ich mehr nach X-Frame. Und ähm... Hier fehlt einfach noch Fleisch und Details im Vergleich zur Frontansicht, ne. Ich denke, solche Verbesserungen kann man auch noch machen innerhalb der Vorbereitung. Also viele denken immer so, Vorbereitung ist dann so Muskelaufbau-Stillstand. Das stimmt nicht. Absolut. Hier, das passt auch zu der Frage im Chat. Wie geht das eigentlich, dass man auf dem Niveau noch Improvements macht, wenn die Off-Season relativ kurz ist? Bullshit. Letztes Jahr habe ich mich auch in der Vorbereitung noch verbessert. Und äh... Ich glaube, vom ersten bis zum letzten Wettkampf war ich letztes Jahr drei Kilo schwerer. Und noch härter. Das heißt, auch in der Vorbereitung könnt ihr euch verbessern. So. Pausieren an der Stelle. Also, Ende Mai geht's für Buddesheim wieder auf den Wettkampf auf der Bühne. Und zwar die New York Pro, dann wahrscheinlich auch Los Angeles und viele weitere Wettkämpfe sind auch geplant. Ich bin gespannt, ob er sich dieses Jahr dann die Quali holen wird. Ja, wäre natürlich geil. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esen.com vorbei mit Rabattcode William. Sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres IsoClear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch zwei Wochen. Punkt.com ist jetzt online. Da könnt ihr euch aktuell drei verschiedene geile Designs sichern. Alle Links sind immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oace.com ab. Denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt's zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch dreimal die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr. Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.